Willkommen bei der Runde hier zum 13. Wettungslauf hier in Österreich. Wir sind on board letztes Jahr im Ferrari von Bemble. Ja, haben wir wieder Ferrari in Power. Ja, wir haben ja diese Morgen relativ viele neue Fahrer. Wir haben dabei, aktuell sind es vier, ein fünfter steht noch aus. Auf jeden Fall hier rein, Kurve 1. Ja, kannst du nur einen Unfall für den Kurve 1 sein, natürlich geht es nicht, aber kann man halt eben nie ausschätzen. So, dann kommt direkt eine lange Gerade. Wir haben hier insgesamt neun Kurven bloß. Acht neun Kurven muss man sich nicht einigen. Dann hier Kurve 2. Neun auch schon rein in Kurve 3. Naja, die Spitz gehen und dann auf die Seite der DS gerade rauf. Guter Überholpunkt dann auch Kurve 4 eben. Auf die wir jetzt gleich zusteuern werden hier. Knapp bei 150, äh, knapp bei 100 Meter Bremsen, dann hier rein. Sieben auch schon Exit, muss man treffen können und dann halt hier eben rein Richtung Kurven, äh, Double-Links-Kurven nämlich 5 und 6. So, die hier, ja, muss man gucken. Inzwischen geht es ja Vollgas. Dann hier rein, Kurve 6 rein, dann auch die in Kurve 7, das muss man so noch so gesagt haben. Ja, und dann sind wir auch schon wieder da, wo wir gerade waren, nämlich die Indy gerade dann rein in Kurve 8. Äh, die kann man auch inzwischen eigentlich auch Vollgas nehmen. Da wird auch am Exit gut aufpassen, sieht man hier auch schon dann rein in die letzte Kurve. Und dann sind wir aufstatt hier, dass eine Runde aus Österreich hier zum 13. Lauf der F1 2017 Liga von VsR. Und dann sind wir auch schon wieder da.